Ich bin Sylvana, ich bin 17 Jahre alt. Ich habe an allen vier Extremitäten Amputationen und spiele seit Oktober 2015 Rugby. Mein Name ist Stefan Jansson, ich komme aus dem Team Schweden. Ich bin 31 Jahre alt und habe seit 16 Jahren gespielt. Mein Name ist Ref Hendricks, ich spiele für das National Team in Belgien. Ich bin 32 Jahre alt. Ich spiele seit 2012 Rugby. Meine Klassifikation ist 3.0 und meine Disability ist Gil Eberet. Ich bin zum Rugby gekommen, indem ich im Schweizer Paralygikerzentrum eine berufliche Abklärung gemacht habe. Meine Berufsberaterin hat mir ein Rugby näher gebracht. Ich spiele in Wiel-Share-Basketballen und habe bereits Kontakt. Aber in der Rugby ist es rougher und man hat mehr Kontakt. Man kann wirklich hart und es ist rougher als Basketball, also ist es besser. Ich denke, das Speziale mit dem Wheelchair-Rugby ist es ein Team-Sport. Es gibt viele Taktiken und das Gefühl ist Freiheit. Meine Ziele sind selbst immer wieder besser zu werden, mit dem Team zusammen zu wachsen und an die WM zu gehen. Ich habe eine spezielle Karte, ich habe mit meinen Legen und meinen Legen, damit ich mich überlegen, catch die Ball und einfach zu schießen. Es ist toll, ich liebe das Spiel. Es ist ein super cooles Spielfeld, selber immer wieder an die Grenzen zu gehen, mit dem Team zusammenzuwachsen und den Kick auf dem Spielfeld zu wachsen. Mein nächstes Mal im Leben, in wheelchair-rugby, ist die Top 3 in Rio 2016 in den Paralympik. Und ich werde einen der Spieler zu machen. Bis zum nächsten Mal.